jo leute was gewerbt ein video hier auf diesem kanal ich bin es wieder euer jacin und ja leute heute mit dem neuen fortnite shop video wie jeden tag eine sache muss ich kurz noch dazu sagen und zwar ihr habt es so gewollt ihr wolltet ein spinnen video sehen spinnen video wird denke ich mal spätestens montag mit montag mittag online kommen aber ja wir gucken uns jetzt erstmal den shop an und zwar der shop noch von heute und was ich noch dazu sagen muss es leute ich kann am samstag und sonntag also morgen und sonntag kein shop video machen weil ein kumpel bei mir sein wird zu 98 prozent falls er nicht kommt mache ich natürlich shop video aber damit ihr bescheid wisst samstag sonntag wird kein shop video geben aber montag dann wieder und ich würde sagen wir gucken uns erstmal den shop an wir haben auch noch sieben minuten da leute hier agentes chaos in den beiden varianten dann chaos sense schwarzer schleim also leute das video hier jetzt mit diesen ist noch für die leute die erst dass das video jetzt gucken und den shop von heute nicht wussten gibt zwar wahrscheinlich wenige davon aber ja wer weiß dann noch eiskönigin in vier varianten die anderen kann man sich frei spielen dann eisboote mobster auch in drei varianten mit dem futternapf als backblink dann leute hundetasche kau knochen und wuff die tarnung dann leute sanktum kleine schritte dann paar patrouille ist auch voll der nice skin gold war dschungelsperren hier in überladung und dann noch mal das ganze flash cup paket mit diesem mod den ich schon oft genug gesagt habe den sehr sehr feier und der loading screen dann leute licht renner das hier heißt nur paket ich weiß nicht warum leute aber das ist bei jedem männlichen skin so der helm mit vorne natürlich mit seiner scheibe aber nicht ganz bedeckt mit backblink und pickaxe bei jedem und zwar bei firewall natürlich dann auch proxy datenfahrt super dann bei den weiblichen io zum beispiel ist jetzt der das ganze gesicht verdeckt aber trotzdem ist alles gleich außer nur dass bei jedem weiblichen skin das ganze gesicht verdeckt ist kann man nur zeile upload mit stream bandbreite dann leute noch immer das paket von super pk und zwar glatt rasur glatt rasur königlicher drafken grelles glühen und den mani oder money skin wie man ihn auch nennen mag und leute als allerletztes natürlich noch das fortnite joker paket und zwar elf gegenstände leute einmal mit dem joker in drei varianten in drei varianten in den dreien dann ähm poison eevee midas rex rückenblüter als rücken accessoire witz komm raus rache des jokers schlechter scherz eevee hacke und königsmacher und leute das backlink midas wappen und die kondensstreifen wähle eine karte und ja leute das war's auch und boah leute wir haben wieder noch die ganze drei minuten zeit also wie gesagt der shop heute habe ich auch im anderen video gesagt würde ich so eine 5 von 10 geben weil mir halt zum beispiel der agent des chaos nicht so gefällt oder eiskönigin finde ich ist jetzt auch nicht so mein skin und ja leute wenn euch der kanal gefällt lasst sehr gerne ein abo da vergesst nicht dann auch die glocke zockt die wir und lasst ein like da leute wir gehen auf die 650 abos zu krank auf jeden fall und ja eigentlich leute ich habe jetzt eigentlich so ein konzept wann ich immer streamen werde glaube ich und zwar dienstags mittwochs donnerstags und freitags wenn es hinkommt werde ich ab jetzt immer streamen wochenende ist schwierig vielleicht streame ich mal vielleicht nicht aber ihr könnt euch darauf einstellen dass ich so ungefähr streamen werde jetzt immer von dienstags bis freitags aber wie gesagt ich muss gucken wie es dann läuft ob ich dann vielleicht doch mal einen tag pause mache aber sonst ist das eigentlich so der plan und ja dann will ich nämlich auch sagen ich stream heute mittag wieder weil der freund der kommt erst am abend und ja wie gesagt er ist dann bei mir und ja dann zocken wir halt was machen halt ein paar sachen die man halt so macht wenn man sich so gesagt verabredet weil wie gesagt er bleibt auch bis sonntag weil er wohnt auch gerade nicht nah bei mir und deswegen würde es sich nicht lohnen nur bis morgen hier zu bleiben womit ich natürlich kein problem habe dass er bis sonntag bleibt weil wir verstehen uns auch richtig gut ist nicht unser erstes treffen und ja wie gesagt lasst gerne ein like da dann kommt das spinnvideo wie gesagt dann wahrscheinlich am montag und was ich noch gesehen habe es gibt hier ein test trio test event trio test event lol gibt das mehrere das ist ein trio test event und zwar dieses turnier wird sich am ende des testzeitraum selbst zerstören alle punkt punktestellen und auszeichnungen werden nach abschluss das zunächst entfernt der folgende text zur bewertung von epischen siegen ist etwa fehlerhaft epische siege bringen zehn punkte ein und alle drei minuten die du im match überlebt erhältst du ein punkt ist auf jeden fall eigentlich sehr nice und leute falls ich heute streamen werde ich muss gucken ob ich streame weil wie gesagt der freund kommt heute und deswegen muss ich gucken ob ich wirklich streame mal schauen aber ja es sind noch 30 sekunden bis zum shop leute ich hoffe es kommt ein neuer skin rein oder irgendetwas neues hauptsache was neues weil wäre auf jeden fall nice wenn ein neuer skin reinkommt oder halt irgendwas anderes neues weil ja wäre sehr sehr nice und ja der shop kommt auch in mittlerweile zehn sekunden und wie gesagt wenn euch der kanal gefällt lasst einen daumen nach oben da vergesst nicht den kanal zu abonnieren den blog aktivieren road to 650 abonnenten und was kommt dann in den shop leute erfahren wir jetzt und zwar leute das neue farbenwirbelbomber paket ist drin leute die ein oder anderen haben es vielleicht schon von anderen youtuber mitbekommen dass dieses paket rein kommen wird und jetzt ist es drin und zwar in den und in den style mit diesem back bling das back bling hat natürlich auch zwei varianten und die pickaxe brisen prügler dann leute alles natürlich nochmal einzeln dann leute schlappohr mit dem back bling knabber hier knurrer knurrer mit dem back bling woofer presslufthacker na geht in ordnung klauschsegel und ja und an taya ist wieder drin leute einmal in comic variante und einmal in normal mit dem back bling stahl federschild natürlich auch in comic variante dann natürlich das gleiche auch im männlichen und zwar moro mit dem back bling eid des eroberers und dem pickaxe schicksalsschwerter natürlich auch als comic variante natürlich auch als comic variante dann leute jagglied auch in normaler comic variante dann versprechen der dämmerung illustriert dann omen ist wieder drin fade ja mit dem back bling kugel des unheils orakel hacke schicksalsrahmen schweißflügel und ja dann leute facette ist wieder drin mit geode rücknachs dann scorpion der skin ist wieder drin sehr sehr nicer skin finde ich dann krasser spalter auch wieder drin sehr sehr nice saxophonisch finde ich jetzt nicht so nice für 800 vivax mutige haltung ist auch nicht meins davon watscheln wurde mir mal früher geschenkt finde ich nice und leute flash cup paket ist noch immer drin und leute das paket von einem youtuber das ist raus und ja leute ich würde sagen ich gebe den shop heute eine solide 8 von 10 und ja wenn ihr das video gefallen hat setze gerne den daumen nach oben da vergesst nicht den kanal zu abonnieren die glocke zu aktivieren war zu 650 abonnenten und schreibt mir auch eure gerne eure meinung in die kommentare wie ihr den shop findet und dann würde ich sagen haut rein bis dahin und tschau tschau bis zum nächsten Mal